So, erfolgreich Code eingegeben und da sind wir auch wieder. Jetzt muss ich mich hier erst wieder zurecht finden. Es wurde ja auch einiges gepatcht, ich musste ganz viel runterladen. Es sieht ein bisschen anders aus, habe ich den Eindruck. Was haben wir denn hier? Das ist alles noch so, wie es vorher auch war. Ich habe auch noch einen Punkt frei, so wie das aussieht. Hier war der Phönix, der konnte, glaube ich, stunnen. Ja, das war, glaube ich, so hier hat man das Feld und den fetten Flame Burst und unsere Main Attack, die auf Rechtsklick war. Nein, die auf 2 war. Ja, wir müssen jetzt hier die Viecher kloppen. Alles blau hier? Achso, das wird dann einfach so angezeigt. Okay, wir müssen ja auch die Flagge einsammeln. Und, ja, da sieht man unten 1, 5, 2, 7, also Leichen müssen wir hier einsammeln. Gucken wir mal kurz auf die Map, wo wir hier waren. Ach, hier. Heilige Scheiße. Ich habe fast den Eindruck, das sieht noch mal besser aus, als es vorher aussah. Bin gut positiv überrascht. Was ich aber jetzt gerade hier erstmal gucken wollte, ohne dass ich hier großartig angegriffen werde, wo ich den hier in meinen Punkt hinpacken wollte. Also, auf jeden Fall wollte ich nachher den fallenden Sterngedöns hier haben. Das heißt, ich muss ja irgendwo drauf gehen. Und der Flame Burst war... Der. Den konnte ich auch nonstop raushauen, ne? Ja. Und der Phönix war... Lächelnwarn. Achso. Mit F sollte man einsammeln, ne? Nicht so rechts klicken. Äh, wewewewe. Ja, der macht ja nur Sinn, wenn man den... Genau, hier, den Stun-Skill. Wenn der dann geskillt ist auf drei... Können wir mal weitergucken. Aber ich denke, ich würde den Flammen Burst hier nehmen. Gerade weil er beim Boss mehr Damage macht. Wobei, ja, der Critical von dem hier... Aber der ist ja schon ausgeskillt. Und das Gravity Field... Verlängert... Oder verlangsamt. Denke ich mal. Ist das hier. Aber hier ist schon einer drauf. Ich glaube, ich... Ich skill einfach mal hier oben drauf. Ich weiß sogar nicht, ob man das nachher resetten kann. Critical... 25... Wobei der ja eigentlich schon fast hier useless ist, ja. Aber das ist, ähm... Naja. Man kann auf jeden Fall später irgendwie resetten. Ich glaube, ich habe auch so ein Reset-Dingen. Und daher ist das nicht so tragisch. Ja, wobei der hier ja keine Cast-Zeit hat, ne. Der, ähm... Der, der... Dieser hier, der hat ja eine Cast-Zeit von... 0,3 Sekunden. Okay, das ist jetzt auch nicht so viel. Auch sehr nice. Aber es ist ja grafisch schon echt nice. Also ich freue mich, wenn das Spiel auch auf Deutsch rauskommt. Dann werde ich das auf Deutsch auf jeden Fall auch mal, ähm... Anspielen. Und mal gucken, wie lange ich dabei bleibe. Ich bin ja zur Zeit live in Kabal dabei. Und nehmen wir das alles auch auf. Wir können dann auch alles dann angucken. Und da werde ich dann auch Fragen beantworten im Kabal. Nebenbei möchte ich aber nicht, dass die Spiele, die ich hier gut finde, auf der Strecke bleiben. Also ballern wir hier mal eine Runde. Oh, hier habe ich eine Zusatz-Quest bekommen. Ich mache den Ball, weil der den Meteoritenschauer hat. Ja, fertig, die Quest. Nichts gemacht. Ach, noch nur festquellig. Quest fertig. Schade, dass man den Skill hier nicht upgraden kann. Bonus, irgendwas drauf. Das fehlt noch. Also man müsste das hier so unig runterscrollen. Und dann würde ich hier noch so ein Balken... Der ist ja richtig nice, Alter. Ich habe ja Ideen, Alter, ne? Das ist ja wieder krass. Na ja, auf jeden Fall. Dieser Fooling-Star ist der Skill, der meiner Meinung nach richtig, richtig, richtig krass ist. Gucken, ob die den, ob die hier bei dem... Ne, bei dem hier, den Meteor-Strike... Neue, der haben sie nicht verändert. Ja, ist einfach... Du musst hier bei diesem Meteor-Strike... ...must du ewig stehen bleiben. In der Zeit hast du schon wieder so viel Damage abgekriegt. Dann mache ich lieber hier so einen Regen... ...auf dem Boden. Was war das denn hier? Was ist das denn hier? Ein In-I-I-E? Ein Dungeon, jo. Haben wir hier Login-Bonus. Ach, da spart man sich ja irgendwie auf oder so. Ja, genau. Also wir wollen hier unten auch diese goldenen Pettinger und sowas. Ich muss jetzt mal hier so im Hintergrund gucken. Haben wir gerade was gekriegt? Ja, das sieht gut aus. Das können wir direkt ausrüsten. Rechtsblick drauf, genau. M.Def, Drang, Müll, Müll. Etos muss man auseinandernehmen, damit man dafür kleine Krümelsäckchen bekommt. Ich bin gerade nebenbei, wo ich rede, hier die Quest am durchlesen. Beziehungsweise zu gucken, was da großartig steht. Ich glaube, ich laufe mal in die Richtung. Ah, hier, okay. Ich bin halt ein bisschen confused vom Kabalspielen. Ich habe letzte Woche ja Kabal gespielt und bin ein bisschen nicht ganz bei der Sache. Unter anderem ist gerade auch früh morgens und da bin ich dann immer leicht betrunken. Also, von meiner Haltung. Aber die haben aber eine geringe Aggro-Range, ne? Oh, okay. Das scheint der Chef zu sein. Na, kommt hier. Ja. Guck mal, ich kann laufen und diesen Skill beim Laufen benutzen. Jetzt weiß ich aber, warum ich den geskillt habe. Denn für den Standardschuss muss ich stehen bleiben. Und für den nicht. Also, da kann ich hier rüberklicken und in der Zeit mit dem Zeiger da rüber. Na, komm, komm, komm. Ja, ja. Yes. Also, geben die alle XP? Was war das? Achso, das war hier drauf drücken, die vier. Äh, Kuba-Halter, genau. Äh, ja, klar, komm auf den Scheiß hier. Ähm. Alles einsammeln. Oh, Chaos-Scam. Oh, den haben sie anscheinend ein bisschen genervt, ne? Lass mich den Rude runter. Achso, mit Rechtsklick geht nicht. Mann, Mann, Mann. Wie ja, klar, komm mir auf den Scheiß. Ja, bei mir hat sich auch einiges getan mittlerweile. Ich habe... Neues Internet. Zwei Monitore. Webcam fehlt noch. Twitch ordentlich eingerichtet, also mit richtig coolen Features. Ähm. Latest Onator. Highest Onator. Da kommt auch meine Webcam rein. Schön ein bisschen grafisch designt. Alter, fette Sau. Oh, meine Kriteratur ist sehr gering. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder ein Stückchen weiter hier mit meinen YouTube-Gedöns. Ich werde beim Livestream, werde ich mich aber auf ein paar Ballerspiele nebenbei und halt auf Kabal begrenzen. Es sei denn, ich werde irgendwann 500 haben, dann werde ich wahrscheinlich alles live machen. Das Ding ist einfach, ich muss dann im Spiel halt in der Aufnahme auch die Fragen der Leute beantworten. Und somit ist es, dass wenn man das nicht selber sieht, so in einem Video jetzt halt, dann hat man halt keine Ahnung, was labert der denn gerade für einen Scheiß. Unter anderem sind die Leute manchmal confused, wenn die dann reinkommen in den Channeln und ich labere dann die ganze Zeit. Und die denken, Alter, mit mir labert der die ganze Zeit, ja. Und denken dann, es kommt irgendeine Antwort aus dem Teamspeak, aber da kommt keine. Ich mache halt gerne, ich rede halt dann gerne irgendwas. Was soll ich hier auf so einer langen Strecke immer erzählen, ja. Also ich sage, ich steige links, Ampel rechts. Was willst du? Ich sage, der Murug zu mir, Alter. Ich schwöre dir. Was ist das denn hier? Ah, das ist die zurückbieben Dinge, ne? Ja, genau. Ah, die haben sich, glaube ich, verändert. Sahen die nicht vorher ein bisschen anders aus? Da, jetzt hat das, gestern hat das erwischt. Aha. Ja, wir laufen jetzt mal hier der Quest weiter. Und schauen mal, ob wir jemanden machen sollen. Fette Kette, so groß wie ich. Neckler ist. Komm, die Dima. Komm, die Dima. Jammern, Alter. Ja, Mann, Alter. Guck an die Glaune. Ach so, geht das. Honig? Ne. Ne. Warum? Mö. Ähm, ö. Was will der? Der will... Ach, der will, dass ich Tränke produziere. Drei. Na, dann craft er einfach mal. Aber ich kann nur einen craften, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hä? Ach so, wo war das denn hier? Das ist so. So war das, ne? Ja? Alles, alles wieder nachdenken, ey. Sonst heul ich nachher. Na cool, hier kann man auch mit der Enter-Taste direkt bestätigen. Was ist das hier? Das ist Müll. Das hier ist Set, aber auch nicht das, was ich brauche. Gibt aber dann zwei von diesen Puder-Teilen. Sortieren. Ähm. Rechtsklick. Lucky Box. Crafted. Boah, 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 boah. Wo ist es denn? Hier unten. Hier, meine erste. Critical Damage. Die war richtig gut. Da war ich richtig lucky, dass die rausgekommen ist. Ja, also das war schon wirklich nice. Lucky Stone habe ich nicht. Ja, Alter, was für eine Scheiße. Ähm. P-Dev. M-Attack. Ja, da lasse ich aber auch so. Es sei denn, ich brauche ein bisschen mehr Verteidigung, wenn da gleich ein Boss kommt oder so, den ich nicht schaffen könnte, würde ich auch Verteidigung gehen magig oder so. Ähm, naja. So. So, Leute. Was uns hier oben erwartet, das seht ihr im nächsten Video. Und ich sage so lange, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.